Nach der Berufslehre habe ich drei Jahre professionell Unterhaltungsmusik gemacht. Fast in jedem Lokal hatte es hier Unterhaltungsmusik. Und erst nachträglich bin ich wegen meiner Frau, also einer totsmaligen Freundin, auf Bern gekommen und angefangen 1961. Den Tag durch habe ich transportiert, nebendamtlich Musik gemacht. An Hochzeichen, an geschlossenen Gesellschaften, an Geschäftsanlässe, Geburtstagsfeiern etc. oder an Tanzanlässe habe ich immer Musik gemacht. Heute spiele ich alle Tage, übe für mich, aus Plausch. Für Senioren-Tanz-Novitage spiele ich ungefähr noch 30-35 Mal im Jahr. Und Roland hat schon als 2. oder 3. Klässler, glaube ich, einen Handöhrer bekommen. Und hat auch sehr gut nach Keyboard und Klavier gespielt. Selbstverständlich hat man darauf hingeschafft, dass der Sohn einmal das Geschäft übernehmen könnte. Aber als er dann das Gefühl hatte, er will lieber etwas anderes machen, haben wir wohl oder übel müssen ja sagen. Man kann nicht sagen, du musst das machen, was du keine Freude hast daran. Und heute muss ich sagen, ist das ganz gut gewesen. Mein Mann Roland hat ja die Musikschule übernommen. Wir sind inzwischen auch selbstständig. Ich habe jahrelang in Kindergärten gearbeitet. Dort war ein Gebiet die Förderung von freundsprachigen Kindern. Schwerpunkte waren immer auch Musik und Bewegung. Es soll wirklich ein musikalisches Erlebnis sein. Es ist einfach auch sehr wohltuend, wie die Kinder sich entfalten und Sachen entdecken. Es ist sehr beziehungsstärkend für die Kinder mit der Begleitperson. Einfach auch das Kulturgut der Musik, der Lieder und der Versen wieder in die Familienstube reinbringen. Das begeistert mich. Immer wieder staunen ich, wie das wirklich einfach auch eine Sprache ist. Musik, eine Sprache, eine universelle. In unserer Familie haben wir sehr viel und immer musiziert. So sind unsere Kinder aufgewachsen. So leben wir. Timon und Robin, die Zwillinge haben sehr viel mitgelöst zuerst natürlich. Und dann auch geholfen mit Singen, geholfen mit Xylophon, die ganz kleinen Instrumente. Und dann hat Gigan einen probiert. Und Ukulele und dann auch Akkordeon, Schlagzeuge. Schön, wie Timon in der Musikschule mitmacht und er studiert Gitarren. Bei meinem Sohn bin ich auch schon in Gitarren stumm und habe sehr viel gelernt. Weil ich schon in eine Musikerfamilie hineingeboren bin, habe ich schon von klein auf das mitbekommen. Ganz am Anfang, da war ich noch ziemlich klein, wollte Gigan spielen. Dann sind wir sofort eine gemütet, habe ich ausprobieren. Dann wollte ich Ukulele spielen. Also ich mache eigentlich ganz viele verschiedene Stile, Musikstile. Die Bandprobe von heute, das ist eben etwas Neues, ein neues Projekt. Und habe jetzt mitgetroffen mit Robin Kellenberger, meinem Zwillingsbrütsch, und Joel Burkhard, dem Bassist. Dann habe ich mal so etwas ausprobiert und geschaut, ob wir uns noch immer finden können. Und dann habe ich einmal das Angebot bekommen, dass ich bei der Musikschule umrichten könnte. Und dann habe ich dort einen etwas grösseren Stil umrichten können. Mit mehreren Stülern waren ich etwa 15 Jahre alt. Musik macht halt echt Spass. Wenn man etwas Cooles spielen kann und es gut hat mit den Leuten, dann macht es ihnen Freude. Musik 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 Videos Musik Musik Musik